Mark! Mark! Er ist im Tunnel. Was? Er ist im Tunnel. Ach ja? Ja. Du hast den Aktienbestand auf 24 Millionen erhöht. Auf wie viel seine? Du hast unterschrieben. Damit bin ich quasi kein Teil von Facebook. Du bist kein Teil von Facebook. Mein Name steht im Impressum. Sieh lieber nochmal nach. Ich werde nichts unterschreiben. Wir bekommen die Unterschrift. Was ich bin, deck dich mit Anwälten ein Arschloch. Denn ich hol mir nicht die 30 Prozent. Ich hol mir alles, was du hast.